Vom himmlischen Vater soll ich dir sagen, er kann die Trennung von dir nicht ertragen. Seine Liebe zu dir ist so übergroß. Nun lass, was dich fernhält von ihm, endlich los. Er trägt dich im Herzen und wartet schon lang. Mach dich auf den Weg, fang doch damit an. Jetzt ruf dir der zu. Komm endlich zurück, in mir findest du dein tiefes Glück. Du suchst und suchst, doch du siehst ihn nicht. Dann lass dich leiten von seinem Licht. Sein Sohn hat den Weg für dich freigemacht und hat dabei nur an dich gedacht. Du kannst es kaum glauben, geschweige den Wagen, doch er ist die Antwort auf all deine Fragen. Er öffnet die Arme voll Sehnsucht nach dir und ruft dir zu. Komm, folge mir. Ich werde dir ein neues Leben schenken und deine Schritte nach Hause lenken. Bis zum nächsten Mal. Mal. Untertitelung des ZDF, 2020